Guten Abend, liebe Traderinnen und Trader. In diesem kleinen Film geht es um den Standpo 500. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist 17.55 Uhr und wir haben Montag, den 23. September. So, vor euch liegt der Standpo 500, eine Kerze, ein Tag. Und relativ unschwer zu erkennen, ich habe zwar hier eine Seitwärtsrange eingezeichnet, aber die existiert eigentlich schon hier seit dem 6.6. Der Freund hat Angst vor der eigenen Courage. Wir haben das High geprägt, hier an diesem Tag am 29.07. bei 3028. Wir sind immer deutlicher wieder runtergekommen, fast die 200-Tage-Linie gesehen. Und jetzt gehen wir da hoch, aber er hat richtig Angst, das merkt man. Das ist eine ganz komische Geschichte hier. Es gibt ja einige Indizes, die in der Nähe der All-Time-Hais liegen, aber sie haben Angst vor dem Break. Make or Break liegt bei 3028. Das war also das All-Time-High vom Standpo. Und jetzt mache ich die ganze Geschichte hier mal ein bisschen größer, damit Sie es besser sehen. Der Weg seit dem 26.08. oder 28.08. der war ziemlich holprig. Wir haben hier ein Gap bei 2.904. Wir haben hier das nächste Gap bei 2.938. Dann sind wir hochgegangen, aber wir haben das All-Time-High noch nicht mal eingestellt. Der Hochkurs war 3.022. Die Bänder. Das untere geht hoch, das obere geht runter, das heißt, sie verengen sich. Volatilität sollte insgesamt ein wenig reduziert werden. Wir haben eine sehr gute Unterstützung. Das ist die erste hier bei der 20-Tage-Linie im Moment, also heute hier am Montag bei 2.964. Der Markt eröffnet tiefer. Wir sind ja mitten im Handel. Und während des Tages handelt er sich ein bisschen hoch. Dann, wie gesagt, hier ist das Gap bei 2.938. Das ist das erste und das zweite und das ist ein bisschen wichtiger. Das ist die 2.905. Diese 2.905 entspricht auch exakt dem 61er Fibonacci von dieser ganzen Strecke hier. Von hier unten am 23.08. hoch zu den letzten Hochs. Sind wir hier genau bei 2.905. Ich habe es jetzt nicht eingezeichnet, das müssen wir einfach so glauben. Das ist die Make-or-Break-Line. Wenn er da drunter geht und schließt, wäre das sehr schlecht. Und wir würden uns mindestens mit der 2.829, die wird da ein bisschen noch steigen, mit der 200-Tage-Linie beschäftigen. Also das hier ist ein ganz wichtiges Niveau. Gleitende Durchschnitte verraten uns gar nichts. Was mich insgesamt ein bisschen vorsichtig stimmt, ist das abfallende MACD. Ich habe noch nicht mal ein traditionelles Verkaufssignal, sondern nur das, wie ich das immer nenne, moderne, über die abflachenden Histogramme. Ist doch hastig. Sprich, der Oszillator ist weiter negativ. Da ist nichts zu wollen. Ich rechne in Kombination mit eben den sich verengenden Bollinger-Bändern, mit dem Verkaufssignal über das MACD und über den Oszillator damit, dass der Markt bestenfalls seitwärts läuft, wahrscheinlich eher noch korrektiv und Kontakt aufnimmt hier mit der 20-Tage-Linie bei 2.962. Die steigt noch ein bisschen weiter an. Ich muss es aber genau im Auge behalten. Ich habe Ihnen trotzdem ein paar Scheine mitgebracht. Das kann richtig spaßig hier werden. Zum einen einen Schein mit der Basis 2927. Da sind wir unterhalb von diesem Gap. Wir hätten also die erste Unterstützung. Wir haben durch das Gap die zweite Unterstützung. Da sind wir etwas drunter. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GB1-XHA. GB1-XHA. 2927. Der kommt für mich erst dann in Betracht, wenn wir entweder die 20-Tage-Linie touchieren und sie offensichtlich umkämpfen. Oder wenn wir das Gap schließen. Das wäre noch schöner. Wenn wir das Gap schließen, dann hat das Ding aber einen richtig feurigen Hebel. Momentan sind wir schon bei rund 45, dann wird der ordentlich hochgehen. Oder wenn wir hier das All-Time-High rausnehmen aus dieser alten Trading-Range. Naja, drei Monate alten. Also bei 3028. Dann wäre das der Schein meiner Wahl. Schauen wir mal nach dem Put. Den Put würde ich ansetzen oberhalb des All-Time-Highs. Das heißt oberhalb von 3028. Wenn ich den gleichen Hebel nehme, 46, habe ich diesen hier, 3059,14. Da sind wir also oberhalb sogar noch des oberen Bandes. Das wäre dann eine Geschichte, die allerdings erst dann in Betracht kommt, wenn wir wirklich die 20-Tage-Linie unterbieten. Mit Schlusskurs. Und das muss man jeden Tag sehen, wie die sich entwickelt. Das ist von Goldman die GD7S4S. Sonst gibt es momentan zu dem Freund hier nicht allzu viel zu sagen. Ich möchte nicht sagen lethargisch, aber eher insgesamt seitwärts gerichtet. Nochmal als Fazit, ich gehe davon aus, Verkaufssignal, Verkaufssignal, Langeweile-Signal, einmal hier, einmal da, dass wir uns seitwärts leicht korrektiv nach unten bewegen. Und da muss man mal schauen, wie lange der dafür braucht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.